Ja, das ist ein ganzer, schwebende, ja manchmal sogar lebende Geister. Und alle, die aufgrund von Gleis, und alle, die große Geister waren. Und das war die Stimme, das war die Stimme, das war die Stimme, das war die Stimme. Stimme, das war die Stimme, das war die Stimme. Stimme, das war die Stimme, das war die Stimme, das war die Stimme. Stimme, das war die Stimme. Und das war die Stimme, das war die Stimme. Was ist das? Was ist das? Das war's für heute. Das ist ein Kaffee, das ist ein Kaffee. Das war's für heute. Wir locken hier zu heute, auch tüßen dabei sein, gut mal, wenn es alles auf geht, man den Tag, Tag, mal, rechnen wir uns jetzt noch ein Ticket.